Also der Pokal ist gestiftet worden, dazumal von Walti Metzler und der geht eigentlich in dem Sinne immer an ein Mitglied, das wir finden, der hat extrem viel beigetragen zum Vereinsleben, im Verein viel gearbeitet, hat vielleicht irgendeine spezielle Aktion gemacht, wie auch immer, also jemand, der einfach speziell mal geirrt werden soll für seine Leistungen und seine Arbeit und dieses Jahr haben wir uns entschieden, ist das Frank Rutishauser. Frank Rutishauser hat sich extrem engagiert für die Schneespau und hat sich eingesetzt für die Schneespau, ist mit seinen Kindern immer aktiv dabei, wenn er da ist, ist er auch an den anderen Anlässen immer dabei und wir haben gefunden, er ist genau der Richtige und er ist auch einer, der durch das vielleicht noch einen speziellen Schub überkommt und vielleicht das nächste noch mal einen drauflegen. Gut. Hallo. Vielen Dank.